Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Aber heute sind wir so viel, konnten wir nicht ins Eich und Arige gehen, sind wir in diesem Voraum. Wir wollen heute in der Reihe unsere Predigten über wie man fastet und Geist des Fastens und wo das Ziel ist, weitergehen. Am letzten Sonntag der Ortodoxie sehen wir wie wichtig uns Ortodoxa Glauben ist. Wir durften sehen, dass ein Geistliches Leben ohne Ortodoxie ist nicht möglich ist. Weil der Heilige Geist in der Kirche Christi arbeitet. Heute am zweiten Sonntag haben wir eine besondere Gestalt vor uns, den heiligen Gregor Palama, Erzbichel von Thessaloniki. Das, was wir am letzten Sonntag verstanden haben, hat er sozusagen gelebt. Er war ein großer Kämpfer der Ortodoxie gegenüber dem Papismus. Und zugleich war er ein geistlicher Mensch mit geistlichem Leben, er war ein Heiliger. Ich möchte nicht viel über sein Leben sagen, das kann jeder nachlesen. Er hat eine gute Ausbildung. Nachdem sein Vater gestorben war, hat Kaiser Andronikus II. ihn erzogen, also er hat ihn gleichsam als Sohn angenommen. Und so war der heilige Gregor Palama sehr mit dem Kaiserhaus verbunden. Aber sein ganzes Leben schon als Kind hat er sich hingezogen, gefühlt zu Mönchstum. Und diese zwei Stichien, die zwei Punkte möchte ich einmal betrachten mit uns in der heutigen Zeit. Es gibt nämlich eine Gefahr in unserer Kirche. Es gibt nämlich eine Gefahr in unserer Kirche, nämlich dass man das teologische Studium absolut setzt. Das ist, dass es heute als teologisches Bildung ist, etwas absolutes ist. Also man hat seine fünf Jahre studiert, hat seine akademischen Grade und meint jetzt, man ist alt-wissen. Ich habe zehn Jahre teologische Studium studiert. Ich habe zehn Jahre teologische Studium studiert. Dass man ein Leben lang studieren muss und trotzdem noch nicht alles weiß. Das bedeutet, dass die teologische Studierungen ist etwas, 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 etwas. Ich freue mich über jeden jungen Mann, der beginnt die teologische Studierungen. Um dann auch vielleicht Priester zu werden. Das ist immer eine erfreuliche Sache. Aber ich habe den Eindruck heute, dass man meint, indem ich meine fünf Jahre studiert habe, oder sechs, je nachdem, dass ich dann schon fertig bin. Ich bin dann schon so weit, dass ich geweiht werden kann. Aber, unfortunately, heute, wir sehen uns immer wieder, dass diese молодe Menschen, nach fünf oder sechs Jahren studiert, dass sie erreicht haben, dass sie bereit sind, dass sie bereit sind, für die Arbeit, dass sie sich zu beantworten, 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 dass sie sich zu beantworten. Oder ich bin jetzt schon Lehrer der Andern. Und das auch glücklich sein kann. Aber man kann sich zeitgeistig sehen, dass sie sich zu beantworten, dass sie eine weitere Säule brauchen, damit diese Theologie fruchtbar wird. Aber man will wissen und sehen, dass wir uns heute ein neues Werk haben brauchen, dass die unsere Verte, die Theologie, die Böme, haben wir geäußert. Der heilige Gregor Palama, er hat sogar ein bisschen Philosophie studiert, das hat ihm dann nicht gefallen, er hat gesagt, das braucht es nicht und hat sich auf die Theologie verlagert. Aber er studierte diese Theologie als Mönch, das geistliche Leben besteht nicht nur aus der Theologie, sondern aus dem Leben. Die Theologie kann ich studieren wie Mathematik und Geschichte, Erdkunde, Physik. Dass ich Theologie studiert habe, heißt nichts anderes, als dass ich mir Wissen angeeignet habe. Also dass er ein guter Religionslehrer ist, wie der andere ein guter Mathematiker. Und eins möchte ich dazu sagen, der Teufel ist der beste Theologe. Denn er weiß alles, was Gott betrifft, was er erlebt hat, das Heilsgeschehen. Er weiß alles, er hat Christus 33 Jahre begleitet. Er könnte uns alle Heiligen zitieren mit ihrem Text. Alles. Ja, er könnte uns heute sogar noch zu zitieren, alle mögliche Svetelje dieser Gesetze mit ihren Wissen. Könnte er deswegen Ortodokser Brüster werden? Da li das bedeutet, dass er sein König sein könnte, dass er Pravostabend ist? Nein. Und so ist es auch bei uns. Dass wir studiert haben ist gut, aber es sagt noch nichts. Das Studium muss vom Gebet begleitet werden. Ich bin heute noch Gott dankbar, als ich mit 15 Jahren ans Gymnasium bin, dass ich das in einem Ordens-Gymnasium machen durfte und so jeden Tag auch gebeten war. Und im Studium habe ich als Mensch studiert. Der größte Teil davon im Kloster gelebt. Und der größte Teil von meinem Leben habe ich probiert in einem Monaster, studierend. Und diese Teorien der Teologien müssen sie leben umgesetzt werden. Denn die Teorien der Teologien, die wir studieren in der Universität, müssen wir uns in unsere Leben befinden. Sonst bleibt die Teologien tot. Und das ist nicht möglich, die Teologien nicht ohne uns. Ich habe die großen Teologien unserer Zeit, der Herr Nikolaus von Serbien, der Herr Justin. Sie waren sehr intelligente, sehr studierte Männer, aber betende Männer. Denn die Offenbarung ist Gnade Gottes. Die Offenbarung im Leben können wir nicht studieren, sondern nur erleben. So schauen wir uns andere Heilige unserer Zeit an. Na Heiliger Vater Paisius. Der Heiliger Vater Porfirius. Der Heiliger Vater Jakobus. Und wir haben viele in allen unseren Kirchen. Die haben noch nicht mal die Grundschule fertig gemacht. Und sind heute große Teologen unserer Kirche. Sie bewegen Herzen von hunderttausenden. Ich kenne einige, die haben das Buch vom Heiligen Papisius nur aufgeschlagen und haben sich bekehrt. Ich weiß, ich kenne Leute, die nur aufgeschlagen und haben die Bibel von Sv. Paisius geschlagen. Also, was schlägt uns heute Heiliger Grigor Palama? Das ist das wichtigste, dass wir beten. In einer demütigen Haltung. Unsere Herzen reinigen. Und dann wird uns das ewige Licht, das ungeschaffen Licht Gottes zutail. Wir dürfen das zweite nicht leugnen, dass wir auch Glaubenswissen brauchen. Wir dürfen das zweite nicht leugnen, dass wir auch Glaubenswissen brauchen. Sonst kommen wir in Blanin, in Verwirrung. Und laufen jedem theologischen Guru hinterher. Eine große Gefahr unserer Zeit. Für die frommen, einfachen Gläubigen sind es dann irgendwelche Wundertäter, was weiß ich. Für die verhörigen Menschen sind es tzw. kudotvorige Menschen. Und weil sie kein Glaubenswissen haben, sind es oft fanatische Menschen. Und weil sie kein Glaubenswissen haben, sind es oft fanatische Menschen. Und zwar auch nicht, weil sie die Menschen nicht wissen, dann werden sie teore fanatische Menschen. Und führen so die Leute weg vom eigentlichen Weg. Und dann zudem Menschen mit der normalen Weg. Andere, die studieren, laufen irgendwelchen theologischen Gurus hinterher. die keine Menschen des Heiligen Geistes sind, die die Theologie benutzen, um gleichsam neue Theologien zu konstruieren, und so fallen diese Menschen in Pläne und Verwirrung, was lehrt uns der Sonntag der Orthodoxie und der heilige Gregor Palama? Wir müssen auf die heiligen Propheten schauen, die heiligen Apostel und die heiligen Väter in den ökumenischen Synoden. Und die Heiligen ihrem Leben zeigen uns, wie das alles zu verstehen ist. Und dadurch sind wir von zwei Gefahren verschont. Auf der einen Seite zu werden und überall den Teufel zu riechen. Oder auf der anderen Seite dann irgendwelche neue Theologien zu fabrizieren. Der Orthodoxe Christ ist demütig. Er hört, wie ich gesagt habe, auf die Propheten, auf die Apostel und die heiligen Väter. Er betet, er betet, er empfängt die heiligen Mysterien, und so kann der eine Guru ihm nichts antun und der andere Guru ihm nichts antun. Daher ist es wichtig, dass wir glaubenswissen haben. Daher ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir unsere Verhörungen haben. Dafür sind die Priester da, dass sie uns alles erklären. Deshalb sind die Svästchen da, dass wir uns alles erklären können. Deswegen sollen viele möglichst studieren. Denn das wollen wir lernen. Wir wollen wissen, was der heilige Gregor Palama gesagt hat, wie wir beten sollen. Wir wollen wissen, was der heilige Gregor Palama gesagt hat, wie wir beten sollen. Wir wollen wissen, was die heiligen Aposteln uns zu sagen haben für unser geistliches Leben. Und wir wollen keine neuen Theorien hören. Wir wollen mit Christus gehen. Christus sind Alfa und Omega. Er ändert sich nicht. Unsere orthodoxe Theologie kann sich nicht ändern. Denn Gott ist immer ewig gleich. Es ist nur die Aufgabe, das immer die jeweilige Zeit zu übertragen. Also, für uns, was ist jetzt praktisch für uns zu sagen? Beten wir treu. Empfangen wir die heiligen Mysterien. Fasten wir. Das sind Grundlagen fürs geistliche Leben. Aber wir wollen auch den Geist nähren. Also wollen wir uns mit unserem heiligen Glauben beschäftigen. Es gibt so viele gute Literatur. Heilige Justin zum Beispiel. Der heilige Nikolai. So viel geschrieben. So viel geschrieben. Lesen wir diese Werke. Bevor ich anfange, den Unsinn der Zeitung zu lesen. Die Zeit zu vergeuden. Warum soll ich nicht ein solches Buch lesen? Warum soll ich nicht ein Leben der Heiligen lesen? Zeit haben wir. Literatur haben wir. Aber nehmen wir uns die Zeit. Nehmen wir ein bisschen Geld und kaufen uns ein solches Buch. Aber es ist für uns notwendig in dieser Zeit. Es gehen so viele geistliche Krankheiten in unserer Kirche umher. Wir müssen daher eine Grundlage haben. Wir müssen die Zeit und Geist nähren. Wir müssen auch die Geist und die Geist und die Geist machen. Wir müssen auch die Geist und die Geist machen und die Geist machen. Heiliger Gregor Palama hat das ein Leben lang getan. Er hat auch für uns gekämpft damals gegen den Papismus, auch teilweise gegen die Synode. Denn damals hatten sich einige Bischöfe und Theologen vom Papismus anstecken lassen. Daher wurde teilweise der Heiliger Gregor verurteilt. Dann wurde er wieder hervorgeholt. Er durfte dann wieder lehren. Bis am Schluss er den Triumph der Orthodoxie wieder hervorgebracht hat. In den 2000 Jahren haben sie so viele gekämpft, dass unser Glaube rein bleibt. Sie haben es getan aus Liebe zu Gott, aber auch Liebe zu uns, aber auch Liebe zu uns. Sie wollten, dass auch die nachkommenden Generationen oder doch das Leben denken und fühlen. Und ein solcher war eben der heutige Heiliger Gregor Palama. Und unser Dank an ihn und all diese Heiligen sollte sein, dass wir uns um unseren Glauben kümmern. Wir beten, wir lesen, aber im Geist der Demut. Nicht mit Katakrisin, nicht mit demütigem, dienendem Geist. Dann wird jeder von uns Doktor der Theologie. Dann wird jeder von uns Doktor der Theologie. Und zwar wahre Doktoren der Theologie. Und das möge der heilige Gregor Palama uns vom Drohne Gottes aus erflehen. Amen. Und zwar mit der Heilige Gregor Palama uns das vorstellt, und von der Heilige Geltung immer uns vom Gott. Und dann wird er uns den Heilige Dasen geplant. Und zwar weiter. Amen.